Ja, herzlich willkommen zu Word für Einsteiger Teil 1. Ja, hallo, Word für Einsteiger Teil 1. Jetzt geht's los mit Word. Wir gehen davon aus, dass ihr sie schon ein bisschen mit Word, Excel und so weiter umgehen könnt. Sprich, mal ein Dokument aufmachen und speichern. Falls nein, dann empfehle ich den Office für Einsteiger Teil 0, wo wirklich die absoluten Basics erklärt werden. Hier geht's dann los in dem ersten Teil, wie man einen Text erstellt, wie man Formatvorlagen benutzt, wie man Dokumente zusammenpacken kann, wie man Formatvorlagen anpassen kann und verschiedene Ansichten. Also die Basics, die man braucht, um einen einigermaßen vernünftigen Text zu erstellen. So ein Text wie typischerweise, wenn man einen Bericht schreibt oder so. Natürlich gibt's auch oft Texte, die irgendwelche Vorlagen sind. Da muss man dann nicht unbedingt viel machen. Da fügt man das einfach ein. Da braucht man dann nicht viel zu wissen, nur wenn man die Vorlagen selber erstellen will. Es gibt drei Teile von dem Tutorial. Natürlich, die Fortführung kommt dann in Teil 2 und 3. Das Tutorial ist sicher nicht für die absoluten Word-Pros dann nachher, die dann auch noch Serienbriefe machen wollen und programmieren wollen und so weiter. Da empfehle ich dann andere Tutorials. Natürlich gibt's schon 50 Millionen Tutorials da draußen und die sind auch alle super. Aber erfahrungsgemäß ist es so, die Leute lernen dann halt doch mit den Tutorials, mit den Leuten, die sie kennen. Und deshalb das hier jetzt für meine Studenten und auch für manch Bekannte, die vielleicht mit Word so ihre Probleme haben. Wie lerne ich denn mit so einem Tutorial? Gut, das ist bei jedem anders. In der Regel empfehle ich erstmal das ganze Tutorial anzuschauen. Einfach mal, dass man sieht, um was es geht. Und beim zweiten Mal das Tutorial auf einem Bildschirm oder Tablet, iPad anschauen. Immer wieder Pause drücken und dann parallel das selber machen. Ohne das selber machen wird es nicht funktionieren. Und natürlich ist auch klar, wenn man das Tutorial durch hat und das einigermaßen kann und dann fünf Jahre nicht mehr Word benutzt, dann ist natürlich das auch wieder weg. Das ist nicht schlimm, das ist normal. Dann gucken wir es sich halt nochmal an. Also keine Panik, wenn man nach drei Jahren ohne Word benutzt und sagt, ich weiß gar nichts mehr. Das ist normal. Okay, alles klar. Gut, dann legen wir mal los. So, wir sind jetzt in Word drin und dann würde ich sagen, das Erste, was wir machen, ist einfach mal einen Text schreiben. Und wir gehen mal davon aus, dass wir einen Bericht vom Schulfest machen wollen. Ja, dann schreibe ich das jetzt einfach mal. Bericht. Schulfest. Joe Fensterle. Berichterstatter. Hintergrund. Das Schulfest. Allgemeines. Beschränkungen. So, jetzt haben wir mal einen Text erstellt. Ich habe da jetzt besonders toll Essay dahingestellt. Das Erste, was wir machen, ist natürlich speichern. Und wir bespeichern das sinnvollerweise natürlich in unserem Office vor Beginners Übungen und nennen das Bericht Schulfest. So. Ja. Jetzt hat man den Text erstellt und jetzt soll der natürlich schick aussehen. Und was ist das Erste, was man macht? Naja, man hat ja, man kennt ja seine, sein Word. Und immer wenn man ein Word aufmacht, sieht man diese Absätze hier, Schriftart, Absatz. Und sagt sich, ja, das ist doch toll, da kann ich doch wildenlos rumformatieren. Und dann sieht man in der Regel folgendes. Ja, dann mache ich hier einen Titel. Fett. Wenn ich es jetzt noch größer machen will, kann ich dann da reingehen und einfach hier größer machen. Genau, aber auch mir es einfacher machen und dieses Fällchen nach oben drücken. Und schon wird die Schriftart größer. So, dann wollen wir den Hintergrund. Das ist eine Überschrift. Das machen wir Fett 14. Das ist auch eine Überschrift. Fett auch 14. Und das sind Unterüberschriften. Ich markiere immer, indem ich links daneben klicke. Und ich bin schon so schlau. Ich weiß, wenn ich zwei unterschiedliche, nicht zusammenhängende Sachen markieren will, klicke ich links daneben. Halt die Steuerungstaste gedrückt. Und dann kann ich unabhängige Sachen markieren mit der Maus. Und auch hier mache ich jetzt Kursivfett. Und was weiß ich, dafür aber nur 12. Ja, so das ist das Typische. Und dann will ich natürlich den Absatz, den ersten Absatz. Den will ich auf Areal. Und dann nehme ich den als Blocksatz. So, und wunderbar. So, ist das jetzt, das ist so das Typische, was man immer sieht. Und ist das jetzt gut? Sollte man das so tun? Wenn ich so frage, kann die Antwort nur lauten, nein. Nein, das tun wir auf keinen Fall so. Das ist das, was man immer sieht. Das ist das, was praktisch, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Office-User machen das so. Heißt aber nicht, dass es deshalb gut ist. Das ist eine Katastrophe, weil das die ganze Flexibilität und die ganze Macht, die in so einer Textverarbeitung drin ist, nimmt. Und das gilt natürlich für alle Textverarbeitungen, nicht nur für Word. Ja, wir benutzen nicht diese Formate, sondern wir benutzen immer, immer, immer Formatvorlagen. Wir machen alles rückgängig, was wir jetzt da getan haben. Rückgängig mache ich mit diesem, mit dem rückgängigen Pfeil. Ich kann aber, wenn ich auf diesen kleinen Pfeil nebendran klicke hier, dann kann ich auch, dann kriege ich ein Menü, wie weit ich rückgängig mache. Und dann kann ich mir tausendmal rückgängig klicken, sparen. Und da sieht man, Schriftverkleinern, Vergrößern und so weiter. Und dann gehe ich mal hier bis Eingabe und schwupps, ich habe alles rückgängig gemacht, was bis dahin passiert ist. Und das macht natürlich das Leben deutlich einfacher. So, gut, jetzt, wie mache ich es richtig? Ich benutze Formatvorlagen. Formatvorlagen, die sind hier. Und das ist eigentlich ein Bereich, wo die meisten Leute nie beachten. Und das ist ein großer Fehler. Was mache ich mit Formatvorlagen? Ich kann zum Beispiel diese erste Zeile gleich als Titel markieren. Hier ist der Titel. Dann ist das eine Überschrift, und zwar eine Hauptüberschrift, also Überschrift 1. Dann gehe ich hier drauf und man sieht Überschrift 1. Und wenn ich draufklicke, wird das als Überschrift 1 formatiert. Allgemeines, das ist ebenfalls eine Hauptüberschrift, Überschrift 1. Das ist eine Unterüberschrift, Überschrift 2. Mal gucken, was noch kommt. Da kommt noch was. Organisation, ebenfalls Überschrift 2. So. Das kann jetzt sein, dass das jetzt noch nicht die Formatierung ist, die ich gerne hätte. Ich möchte das dann vielleicht, dass der Text eben doch ein Areal ist oder so. Um die Formatierung kümmere ich mich aber erst ganz am Schluss um die Formatierung, wie das Dokument aussieht. Jetzt habe ich nur die Überschriften im Wesentlichen als Überschriften bezeichnet. Ich habe jetzt den ganzen Text natürlich runtergeschrieben und erst nachträglich die Überschriften als Überschriften als solches gekennzeichnet. Das macht natürlich kein Mensch. Dann wird das natürlich direkt machen. Also wenn ich jetzt hier Finanzielles schreibe, dann würde ich das als Überschrift 1 gleich beim Schreiben bezeichnen. Finanzplan, das ist dann Überschrift 2. Und der Text ist normal. Kleiner Nebeneffekt, wenn ich das so mache, wenn ich die Eingabetaste drücke nach einer Überschrift, bin ich automatisch wieder im normalen Absatz und muss nicht 10 Stunden wieder an Schriftart rumdrücken. Okay, jetzt habe ich den ersten Absatz mal gemacht. Jetzt kann es gut sein, bei so größeren Dokumenten, dass mehrere das zusammenschreiben. Jetzt nehme ich mal an, ich habe das aufgeteilt. Ich sage, der erste Teil ist jetzt von mir. Und dann sage ich, ja, der zweite Teil, den schreibt die Laura, die schreibt alles zu den Finanzen. Und die Lena, die schreibt alles zum Bericht, wie es eigentlich war. Und dann schicken die mir das und ich füge das zusammen. Okay, dann schauen wir doch mal an, wie wir das zusammenfügen können. So, das habe ich von der Laura gekriegt. Die hat den Finanzplan geschrieben und ich habe ihr gesagt, sie soll einfach nur Überschriften und so weiter verwenden. Hier vielleicht mal ein Wort. Es lohnt sich das vorher, den Leuten klar zu sagen, keine Formatierung benutzen, nur als Überschriften formatieren und sonst nichts. Und wenn die Leute das dann beherzigen, dann geht es ganz einfach, wie wir jetzt hier sehen. Wenn ich jetzt den Text von der Laura hier habe, finanzielles Finanzplan, ich markiere den einfach, ich ziehe einfach runter und das war's. Ich kann auch, um alles zu markieren, einfach links daneben, eins, zwei, drei Mal klicken, ist auch alles markiert. Steuerung C zum Kopieren. Ich kann das auch über Einfügen machen, das geht aber viel einfacher. Ich kann das auch über die rechte Maustaste machen. Da habe ich auch Kopieren. Steuerung C ist aber was, was man sich merken kann, weil das macht ans Leben einfacher. Und Einfügen, auch hier kann ich wieder mit der rechten Maustaste klicken. Dann habe ich verschiedene Einfügeoptionen. Das macht manchmal Sinn. Ich mache jetzt das aber mit Steuerung V und schwupps ist der eingefügt. Hier hinten habe ich ein bisschen viel Absätze, die lösche ich gleich mal raus. So, der Finanzplan ist drin. Und wenn ich das jetzt groß mache, dann sieht man, das ist genau die Formatierung, die ich hatte. Ja, und das ist natürlich cool. Das funktioniert sogar dann, wenn die Laura ein anderes Design benutzt hat. Zu den Designs kommen wir noch. Das sieht hier ganz anders aus, weil das Design anders ist. Aber das Einzige, was sie gemacht hat in dem Dokument, es gibt immer nur Überschrift, die zwar anders aussehen. Und Standardabsätze und sonst nichts. Und wenn ich sowas kriege, ist mir das egal. Ich kann das trotzdem einfach markieren. Steuerung C, Steuerung V. Und siehe da, bei mir sieht das wieder genau richtig aus. Das heißt, wenn die nur Designs ändern und keine Formatvorlagen, alles gut. Wir schauen uns die Designs und so weiter nachher an. Ich möchte nur zeigen, das ist der Vorteil, wenn man konsequent sagt, immer nur die Standardformatvorlagen benutzen. So, wir haben gesagt, die Clara, die hat das Bericht übers Fest an sich gemacht. Uns, die Clara hat uns das geschickt. Die war leider nicht da, als wir gesagt haben, wie wir das gerne hätten. Und die Clara hat es gut gemeint. Die Clara hat alles wunderbar hier formatiert als Überschrift. Aber das ist leider alles per Hand formatiert. Wenn ich das jetzt mal groß mache, dann sehe ich das Fiasko. Das ist alles Standard. Das ist nicht eine Überschrift, sondern das ist alles Standard. Und da sieht man, oh je, sie hat den Absatz, der ist anders wie der. Der ist jetzt im Blocksatz, der auch. Der ist nicht im Blocksatz, da ist der Zeilenabstand anders. Also es ist alles unterschiedlich, aber es ist alles mit dem Zeug hier markiert. Und wenn ich das jetzt rüberkopiere, dann sieht der Clara hat leider so aus. Kopieren. Dann füge ich das hier ein. Und das wird eben nicht umgewandelt. Das wird in diesem Katastrophendesign eingefügt. Und ich kann auch nicht einfach das ändern. Also das ist richtig, richtig katastrophal. Ja, was ich machen kann, ist, ich markiere alles. Dreimal draufklicken. Und gehe hier auf dieses Weitere. Und da sieht man es schon. Und sage Formatierung löschen. Und dann sind alle Formatierungen in der Auswahl weg. Und ich kann kurz wieder die Formatierung, die richtigen einfügen. Ich will hier eine Überschrift haben. Und das war das hier, das hier und das hier, war eine Überschrift 2. Und das Fazit war wieder eine normale Überschrift. Und jetzt sieht die Sache besser aus. Jetzt kann ich das rüberkopieren. Steuerung C, Steuerung V. Und jetzt sieht die Sache besser aus. Okay. Also man spart sich viel Arbeit, wenn man den Leuten vorher sagt, bitte keine Rumformatierereien. Bitte nur Formatvorlagen benutzen. Weil wenn das Dokument natürlich länger ist und da 30 Überschriften drin sind, dann dauert es ein bisschen, bis das alles formatiert ist. Okay, jetzt haben wir unseren Text zusammen. Die Überschriften sind auch da. Allerdings ist das jetzt nicht unbedingt das, wie wir uns das vorstellen. So richtig schick ist das nicht. Wir wollen das jetzt, oder wir haben vielleicht sogar Vorgaben, wie das aussehen muss. Oder wir möchten es einfach ein bisschen ansprechender aussehen lassen. Und diese Schriftart ist nicht unsere Lieblingsschriftart. Wir schauen uns an, wie wir das jetzt ändern können. Wie man Design anpassen kann. Wie man dann nachher auch die Schriften ändern kann. Das gehen wir jetzt mal durch. Okay. Also das ist unser roher Text. Und wir sehen hier, da ist alles da. Und jetzt gehe ich auf Entwurf. Hier ist es. Und dann sieht man, da gibt es unterschiedliche Vorgaben, wie mein Entwurf aussehen kann. Und wenn ich jetzt einfach drüber fahre, dann sieht man schon unten, wie sich das ändert. Und wie jedes Mal, dass es in eine andere Formatierung gesetzt wird. Zum Beispiel kann ich sagen, den finde ich eigentlich ganz schick. Dann nehme ich diese Formatierung. Und es passt sich alles automatisch an. Die Überschriften sind jetzt anders. Und man sieht, alles hat jetzt sich angepasst an das neue Layout. Die Schriftart, die Standardschriftart hat sich übrigens auch geändert. Ich weiß gar nicht, was es vorher war. Es ist die Calibri 10,5. So, also das heißt, wenn ich in Entwurf Layout ändern gehe, dann kriege ich ein neues Design, ein Gesamtdesign von dem ganzen Bericht. Und dann kann ich das raussuchen, das ich will. So, jetzt kann es natürlich sein, dass ich sage, na, diese Überschriften hier, dieser Hintergrund, der sollte auch dieses Orange haben. Blöderweise ist der eben schwarz, aber ich will das Orange haben. Naja, wie mache ich das? Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich markiere die alle und ändere hier, da sehe ich ja die Farben. Das tue ich aber bitteschön nicht. Was ich mache ist, ich gehe auf Überschrift, und zwar Überschrift 1, sorry, die war es. Drücke mit der rechten Maustaste drauf und sage Ändern. Und jetzt habe ich ein Menü, in dem ich die ganze Formatvorlage ändern kann. Und zwar kann ich sowohl die Zeichen ändern, als auch die Absätze ändern. Und jetzt ändern wir erstmal die Zeichen. Also von mir aus sage ich, ich möchte jetzt nicht mehr Calibri als Schriftart, sondern ich möchte Acmefond. Das sieht vielleicht auch ein bisschen darb aus, ist mir aber egal. Und jetzt möchte ich hier auch dieses Orange haben und nicht dieses, das Schwarz. Schwupps, jetzt habe ich eine andere Schriftart, eine andere Fond. Und ich will jetzt vielleicht noch einen Tick kleiner und sage Okay. Und auf einen Schlag sind jetzt alle Überschriften angepasst, und zwar alle im Dokument. Und das kann ich natürlich mit der Überschrift genauso machen. Das kann ich natürlich genauso hier mit dem Standardtext machen. Auch hier klicke ich eben nicht in den Text, sondern ich klicke in die Formatvorlage, rechte Maustaste ändern. Und dann könnte ich sagen, Okay, der ist mir zu klein, der muss 12 sein. Was ich jetzt geändert habe, ist die Schrift selber, also das Zeichen selber. Natürlich könnte man auch Änderungen im Absatz machen. Auch das ist gar kein Problem. In dem Fall nehmen wir jetzt mal den Standardabsatz. Und ich will jetzt zum Beispiel, dass der Standardabsatz immer, dass der als Blocksatz gesetzt ist. Und ich möchte beispielsweise die Zeilenabstände ändern. Auch hier gehe ich wieder mit der rechten Maustaste in Standard ändern. Und jetzt gehe ich, manche Sachen kann ich hier machen. Ich kann hier die Zeilenabstände ändern, allerdings nur in groben Stufen. Hier kann ich auch Blocksatz beispielsweise machen. Das ist genau gleich wie das, was hier im Absatzmenü ist, nebenbei bemerkt. Aber hier bewirkt es eine Änderung auf die komplette Formatvorlage Standard. Wenn ich das nicht finde, dann kann ich hier unten in Format gehen, klappe das aus und gehe eben auf Absatz. Und jetzt kriege ich wieder ein Menü und da ist alles drin, was ich im Absatz ändern kann. Einzüge Abstand, Zellen- und Zeitenumbruch. Und jetzt will ich eben eine Ausrichtung. Logsatz. Und dann sage ich, der Zeilenabstand soll 1,5 sein. Und nach dem Absatz sollen 6 Punkte frei sein. Okay. Und auch hier wieder okay. Und schwupps ist jeder Absatz im Dokument entsprechend angepasst. Und jetzt könnte es sein, ah, jetzt möchte ich aber doch noch was besonders rausstellen. Das würde man natürlich dann manuell machen. Zum Beispiel würde man sagen, das mit dem Schulfest, das möchte ich jetzt aber fett haben. Das ist ja nur ein Teil. Da kann man natürlich auch in der Formatvorlage Hervorhebung und so weiter machen. Macht man aber eher selten. Und das soll dann auch wieder als Schriftart, was weiß ich, soll das jetzt dieses Design grün sein. Okay. Und vielleicht auch hier nochmal ein Tick größer. So. Und jetzt ist das Schulfest hervorgehoben. Was ich gemacht habe, ist, ich habe jetzt die als Farben, habe ich Designfarben benutzt. Warum? Ich könnte natürlich auch als Farbe, ich gehe mal auf das Jahre, als Farbe könnte ich natürlich genauso. Ich mache da mal das Gleiche. Auch das ist ein bisschen größer. Jetzt nehme ich aber nicht ein Grün aus den Designfarben, sondern ich nehme Grün aus den Standardfarben. Das Grün sieht im Prinzip gleich aus. Ich könnte natürlich auch weitere Farben auswählen und sagen, ich will dieses Grün. Okay. So. Also ich habe genau das Gleiche gemacht, nur dass ich diesmal keine Designfarben genommen habe. Ist das eine gute Idee? Nein, das ist es nicht, weil auch das Farbschema ist veränderbar und zwar in Toto. Ich kann jetzt natürlich das Layout ändern, da wird sich das Farbschema aber kaum ändern. Aber wenn ich jetzt hier reingehe unter Farben und das Farbschema ändere, dann sieht man, das Farbschema ändert sich für die Überschrift und für die vordere Markierung und passt dann auch. Aber das Jahre ändert sich nicht. Und das ist besonders fatal, was wir nachher sehen werden, wenn man sowas in PowerPoint macht. Also man sollte immer Farben vom Layout nehmen. So und zum Schluss gucken wir uns noch was anderes an. Jetzt haben wir den Text formatiert, der sieht jetzt so hübsch aus, wie wir das gerne hätten. Und jetzt fragen wir uns, kann man den vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Übersicht haben will, kann ich das vielleicht auch anders anschauen. Und ja, das geht. So und wenn ich jetzt unter Ansicht gehe, dann kann ich das auf unterschiedliche Art und Weise darstellen lassen. Aktuell ist es ein Satel-Layer, das ist das, was ich eigentlich fast immer habe. Aber ich kann mir das auch als Gliederung anzeigen lassen. Und dann sieht man schon, oha, da habe ich dann also, und dann sind diese Überschriften eingerutscht. Ich kann das auch in der Gliederungsansicht dann die Ebene verstellen. Das mache ich jetzt aber nicht. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich will jetzt nur die Ebenen bis Ebene 2 anzeigen. Und jetzt, ich kann natürlich noch weitere Überschriften, Überschrift 3, Überschrift 4, Überschrift 5. Das ist dann auch eine neue Ebene. Und jetzt habe ich quasi eine Gliederungsansicht und ich sehe ganz klar, ah, das ist mein Dokument. Und jetzt, wenn ich nur Organisation angucken will, dann kann ich hier draufklicken auf das Plus und es ist ausgeklappt und ich habe den Text. So, das zur Vollständigkeit halber. Jetzt mache ich das wieder zu. Gliederungsansicht bietet auch noch andere Vorteile, aber nur, dass man das kennt und falls man das mal braucht, auch benutzen kann. Ja, das war der Teil 1. Das war es auch schon. Jetzt kann man ein Dokument erstellen, vernünftig formatieren. Man kann das so aussehen lassen, wie es soll. Natürlich geht es dann weiter. Wir wollen auch Seitennummerierung und so weiter machen. Das kommt dann alles in Teil 2 und Teil 3. Aber das Wichtigste ist schon mal da und das Allerwichtigste von der Lektion ist, auf gar keinen Fall per Handformatierung machen, immer Formatvorlagen benutzen. Ich weiß, das sind Sachen, die kommen eigentlich immer am Schluss bei den meisten anderen Tutorial. Das ist ein großer Fehler. Man sollte das immer von Anfang an sich so angewöhnen, weil es macht nachher das Leben viel leichter und es geht alles viel, viel schneller. Vor allem, wenn man Dokumente hat, die dann mal so Berichte, die man mit anderen zusammenschreibt, die dann so 50, 60, 70 Seiten haben. Da ist es ein Segen, wenn man ein Dokument hat, das so formatiert ist. So, das war es für das erste Tutorial. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, einmal durchgucken, dann selber machen. Das ist ganz entscheidend. Und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ciao, auf Wiedersehen. Ciao, auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020